Hallo, ich mag Pizza. Deswegen werden wir heute Pizza machen. Bonjour, j'aime le Pizza. Aujourd'hui, nous allons faire la Pizza. Let's go. Lass uns gehen. Allons-y. We need pizza dough. Wir brauchen Pizza-Teig. Nous avons besoin une patte à pizza. Mozzarella cheese. Mozzarella. Käse. Le fromage mozzarella. Salad herbs. Salatkräuter. Le herb à la salat. Tomato sauce. Tomatensauce. La sauce tomate. Bell pepper in three colors. Red, green and yellow. Paprika. In rot, grün and gelb. Latin a three colors. Rouge, vert and jaune. Chilis. Chilis. Crushed Chilis. Geschrotten Chilis. Pima Broye. Broccoli. 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 Anion. Zwiebel. Eugno. Chicken sausage. Hienchen Wiener. Sousis. Uppuli. Mushroom. Pilz. Champignon. Slices of chicken. Hienerscheiben. Slices of chicken. Hienerscheiben. Les tranches du poulet. We spread the tomato sauce. Wir verteilen die Tomatensauce auf den Teig. On et al. La sauce tomate. Don la patte. put the cheese on top. jetzt legen wir die tease drauf. und la putte the fromage. mettesed auavia le fromage. jetzt legen wir die pizza Toppings. drauf, maintenant on met les carnitours de pizza, a little bit of salt if needed, a little bit of salt, if needed, un petit peu de sel. The oven is preheated, der Ofen is vorgeheizt, le fou et prècheuf. The oven is by 220 degrees. Der Ofen ist bei 220 Grad. Le fou est à 220. Bon. We put the pizza in the oven for 20 minutes. We put the pizza in the oven for 20 minutes. We put the pizza in the oven for 20 minutes. Now the pizza is ready. Now the pizza is ready. We put the pizza in the oven for 20 minutes. Now the pizza is ready. We put the pizza in the oven for 20 minutes.